hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich hoffe ihr hattet auch so einen schönen tag so einen schönen anstrengenden tag wie ich heute wollen wir zum grönen abschluss heute noch mal schön durch die welt fahren so wollen wir das spiel doch mal fortsetzen und sonst hat er gut in die woche gestartet ich hoffe doch mal sehen ob es jetzt in den jetzt von mir angepeilten video länge nach man das ausspricht schafft aber ich gehe ich hoffe es so wir wollen natürlich weiterfahren auch ein sehr schönes bild ein das so so So, we're gonna have to put it in. We're just gonna put it in. Polizei wieder raser geschnappt, vernünftig. Könnte mir hier nicht passieren, ich halte mich hier permanent an die geltende SIVO. Das hab ich mir aber erschreckt. Also, es sieht ja wunderbar, dass die ganze Menge an der Minuten wirrado. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein bisschen mehr Dampf täte unser Mkw, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Ja, das ist ein bisschen mehr Dampf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da wollen wir mal tanken fahren. 2,15 Euro ist ja ein Schnapper. 1,15 Euro ist ja ein Schnapper. 1,15 Euro ist ja ein Schnapper, das funktioniert ja doch. So, fahren wir jetzt mal das Schnapper. Ein Glück, dass wir jetzt Krufe machen, es fängt an zu regnen, da mag ich ja überhaupt nicht gerne in den KW fahren. So, liebe Leute. Boah, hat sie schon wieder den falschen Knopf gedrückt? Bin ich doof oder was? Wir machen jetzt den schönen Bubu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Nacht. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute! Bis dahin, alles Gute! Alright, gente, dich immer wieder depict. Vielen Dank.